Wir spielen alle Kapitel heute von Rainbow Friends zusammen. Und das Problem ist, wir dürfen nicht sterben. Willst du mal reinschieben? Ja. Dann gehen wir rein. Ein Techniknissman-Controller geht ja jetzt. Das könnte halt zusätzlich noch ein Punkt für Hattke. Tolle sein. Das ist bestimmt auch unangenehm beim Hinkeln. Krass. Es geht rein, Lalo. Oder? Das geht schon alles. Ohne Witz. Bitte? Ja. Wir dürfen das nur mal rein, oder? Nee. Was machst du denn? Bleib bitte so sitzen. Ich habe Hunger fürs Überleben. Beide Nächte. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Ich habe das Wurzeln. Bestimmt. Ja. Kein Wurzeln. Mein Fehler. Zum Glück sind es drin. Hä? Ah, hier. Guck, welches weg der ist. Der wird jetzt. Der roter Teil. Ich wollte fragen, ob ich das geht. Ja, das ist alles gut. Ach. Mach dir gleich eine Flasche. Mach dir gleich eine Flasche. Mach dir gleich eine Flasche. Schau mal. Ich habe einen Block. Ich habe einen Block. Einer wird geschehen. Nichts. Den Paket ist blau. Ich kann das so bei mir gucken, damit du weißt, wo Blue ist. Nein, Jensen. Kindpuppi. Der kommt doch gar nicht. Doch, doch. Ah, nee. Der hat einen anderen jetzt geschehen. Guck mal nach. Wir brauchen auch ein Paket. Ich habe drei Stück. Drei Stück. Ne, vier. Achtung. Das kommt wieder du bestimmt. Ist mir hier hoch? Ja. Vom Theater. Achtung. Ich habe gemerkt, dass du ein Theater bist. Glaube ich. Vier Stück abgegeben. Vier Stück. Wie viele fehlen noch? Ach, ähm. Sechs Stück. Hä? Sechs Stück. Loll. Das kommt kein Blut. Sechs Stück. Kein Blut. Sechs Stück. Kein Blut. Sechs Stück. Isch. Das kommt mal. Das soll das sein. Ich weiß nur, du bist gestorben. Leute. Jetzt, wo gehst du? Auf dem Sofa, ich kann mir ein bisschen Tiny Timer rein gucken. Es kommt ein bisschen Tiny Timer, man. Ja, das ist ein bisschen. Es geht schon rein. Oh, ich hab jetzt schon Rissen gerannt. Warum ist die bei mir vor dir? Ist sie doch? Nein, 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 nein. Nein. Nee, der kommt nicht, Janis. Da kommt nicht. Da ist ein Tütchen. Ja, ich bin ein Paket. und noch ein ich habe vier stück So ist ab von einem Fettschwein. So ist ab. So ist... So ist ab. Ich habe das Gefühl, dass es blau jetzt. Okay, ich mache gerne. Das ist doch schade, das blau geht, okay? Da ist es sehr schnell. Gut gemacht. Ich bin immer noch geiler, wie ich noch. 2 von 5 sind. Ich habe 4 Stück. Ja, das bringe ich zum Theater. Du warst nur an der Wand. Alles ist gut. Du warst nicht reich. Das ist grün. Nein. Nein, mein Kollege. Also stimmt, grün ist ja jetzt auch bei uns. Ja. Wie kann der mich noch mal sehen? Nur hören, gell? Ja. Wenn er so... Lautstreich. Wie die Türen. 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 Nein, nein, nein. Das wirst du nicht lassen. Ach. Da geht doch rein. Schnell. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Jens, was machst du? Die Türen. Ja. Wie war das? Wie ist das? Wie siehst du dich? Nee, bleib schon. Geh noch mal. Geh noch mal rein. Spacke. Wo bin ich denn? Ich bin hier. Jetzt blieb, steuern wir um. Jetzt verhungern. Du kriegst noch was, Baby. Baby Milo. Baby Milo. Das ist wieder grüne. Ja. Boah. Das kommt so radisch. Jetzt. Und Lila. Jetzt wird's wieder. Hallo. Dann die Folge. Ist ja mega geil. Erst Kami Lein, Sami. Kami, du. Mein Magen füllt sich so auf, dass ich sich so anfühle, ob ich gleich gucken muss. Aber richtig. Aber richtig. Hilfe! Oh, er ist wieder. Also haben wir es festgegangen, oder was? Und dann wird es immer wieder los. Dann muss das kommen. Du darfst nur die Fußboden berühren, nicht das Wasser. Und hier rune? Hier rune ist die aller schwerste auf der ganzen Welt. Aber bei dem Licht müssen wir eh reingehen. Jetzt haben wir Klügelbühne. Nein, 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 das bringt nichts. Oder doch? Oh! Oh! Der hat einen anderen fertig gemacht. Was darf ich dich berühren? Ähm, nicht das Wasser vom Lila. Wenn das Paket. Warum? Weil es blau kommt. Da, 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 da! Hier ist alles noch gesackt. Was ist das für Grosch? Das Grün. Genau, nein. Oder auch nicht. Jetzt da ein Paket. Das siehst du nicht. Ganz oft von mir. Nee, ich will auch spielen. Es macht keinen Spaß nur rumzusitzen. Man muss auch ein bisschen rumlaufen und ein bisschen spielen. Und jetzt hat er einfach nur die ganze Zeit Kiss. Ja, das ist nicht schlimm, aber ich will aber gucken. Ich hab nur eine Klinbirne. Ich will nicht. Das willst du nicht. Danke, du. Oh, was ist das? Orange. Den Paket. Orange ist da. Ich bin neben der Linie. Guck. Hm. Das hängt mich jetzt nicht. Ach, du Scheiße. Ich geh so halb in die Wand. Hm. Guck. Nicht den Paket. Doch, gleich kommt noch. Gleich kommt noch. Gleich kommt noch. Oh, bei mir ist Lila. Oh. Guck, wie ne aussieht denn. Sieht cool aus. Mhm. Bei mir ist Orange. Oh, guck, du kommst von mir. Da ist Blau. Nein, da kommt gleich rein. Da kommt jetzt rein. Wo ist das dunkel? Bei dir? Weil ich hier ein Glas bin. Ach so. Ich bin das zum nächsten Mal wieder gewesen. Ah. Es steht eine Minute da. Wo? Der Rune. Der Rune. Oder auch ein paar Sekunden. Sekunden. Warte. Was ist das blau? Rune geht's. Was kann der machen? Hört ja nicht so aus. Ja. Nur. Es gibt Blu. Huch. Das hab ich groß gehört. Bei mir ist es schon wieder. Lila. Wo sind denn die restlichen Kugeln? Oh, ich hab ja noch eine. Ja, eine aber nur. Es fehlen aber noch mehr. Fünf Stück fehlen dann noch. Du musst abgeben, lieber. Ja, es hat voll Schiss, aber ich mach es jetzt einfach. Kann ja, man muss machen. Sonst kann keiner drin hier. Ah, so macht man das. So rückt man auf. So weg. Jetzt verstehe ich. Was bringt das? Hä? Was bringt das? Damit du da weg bist. Damit du das nicht mehr in der Hand haltest. Ich mag das nicht an der Hand zu halten. Bei mir ist kein Blu auf jeden Fall. Aber schön. Junge. Wo ist das nicht? Ja. Nee, nee. Du musst immer noch da hin bleiben. Bis so rein, es wieder kommt. Ich bin ja auch schon lange da hin. Schatz, was willst du denn gleich mal essen? Weiß ich nicht. Ähm, ich stell dir noch ein paar Paninis, diese Nudeldinger mit dem Fleisch drin. Ja. Die Nudeldinger mit dem Fleisch drin. Ja. 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 Jetzt kannst du raus. Was? Ja. 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 Der bist du. Und das ist mein Kollege. Der bist auch du. Ja. Ja. Wer hat die zwei? Da wird das angezeigt. Ja. Und welche sind. Da gehst du ins Paket. Ja. Da. 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 Bravo. Gewalt. Wo ist das letzte? Wo sind die letzten Sicherungen? Zwei Stück noch? Nichts? Ich weiß auch nicht. Die werden jetzt irgendwo angeschaltet. Aber in der Hölle wahrscheinlich. Ja. Vielleicht habt ihr die andere. Die andere Spieler. Die zwei. Nee. Es gibt nur noch einen anderen Spieler. Ja. Vielleicht hat er zwei Stück. Kannst auch möglich sein. Bei mir ist grün. Orange. Orange. Bei mir kommt der E. Ich will eh nicht gucken. Gibt sie schön. Das ist aber ein Dino. Der sieht mega geil aus. Mhm. Mega geil. Ja. Warum war ich nicht lange? Das ist einfach für ein Dino. Und wir sterben nächstes Mal. Wir sterben. Wir sterben nicht mal. Ist das letzte Runde oder was kommt dann noch weiter? Nur noch eine Runde. Dann kommt das End. Kommi. Nein. Ja. Ist gut. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein, wir haben jetzt schon mal nach die Augen. Ja. Nein, wir sind da doch nicht. Nein, wir sind da doch nicht mehr. Nein. Ja. Ist das immer so ein Wohlsohn oder was? Jetzt geht es in so ein Papett. Lass mal los! Keine Ahnung, wo die anderen zwei sind, lieber. Da, da! Da werden die doch einbescheid! Bleib ganz ruhig, Kollege! Jetzt habt ihr nichts gemacht! Ja, Jassi! Da ist gerade Platz! Warte, warte! Oh, Jassi! Hallo, Wippie! Wippie! Und wie, was schaffst? Ja! Bringt ihr ins Theater! Jetzt kommt's! Jetzt sind nur wir beide da! Ja! Das ist auch die letzte Runde! Ja! Oh mein Gott! Jana ist gestorben! Alles ist aus! Alles! Was müssen wir jetzt machen? Ja! Ich hab Schiss! Wir müssen Taschenlampen holen! Guck mal! Alles sind weg! Außer wir beide! Ja! Wir sind auch da! Wir sind auch da! Das sind die letzten, Digga! Hm! Voll geil! In der letzten Runde alle geschoben! Wo schaffen wir das? In der vorletz! Komm jetzt, wir schaffen das! Was? Wir sind die Profis aller Profis! Was müssen wir jetzt sammeln? Wie viele Taschenlampen? Äh! Äh! Ne! Keine Taschenlampen! Nur zwei, damit wir Licht haben und wir brauchen neun Batterien! Neun? Neun Batterien! Ballin! 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 Ja, guck! Schapp! Mach so! Du schießt Becher! Wie kann ich die ausmachen? Muss ich die ausmachen, wenn mich irgendeiner sieht? Nee, 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 du kannst die nicht ausmachen. Okay, dann los. Ich habe zwei. Was hast du? Zwei Batterien. Okay, welche Monster gibt es jetzt? Alle nochmal. Okay. Alle im Dunkeln. Okay. Alle im Dunkeln. Was ist hier denn? Keine Sachen drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung weiß. Wie viel brauchen wir neuen? Hey, bei mir ist es voll hell. Und bei dir nichts. Weil du so viel schreist, glaube ich. Nee. Weil ich glaube, jetzt das Becher hat. Was ist das hier? Da kommt Pink und ein neuen Update raus. Ich glaube, da gibt es immer so Videos von YouTubern oder von den Rainbow Friends YouTubern. Da macht er immer, da bringt er immer diese Shorts, da man angucken kann, wie schon Kappi die Schweine ist. Oh, alle blau. Drei gefunden, die sind jetzt noch hin. Drei für neun. Ich habe zwei. Wo kann ich hin? Die rund, den Paket, oder auch da. Orange kommt. Da war orange. Jetzt kannst du vorbei. Jetzt, na, na, na. Wenn die Linie vorbei ist und orange in Schein verhauste ist. Das ist die eigentliche Gelösung. Okay. Ich weiß, kommt nicht. Hello, guys. Klar, weil's. Nein, 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 der kommt noch mal. Wo ist denn noch von? Noch nicht raus. Okay, ist schon drin. Erst mal ins Paket. Braucht nicht. Bei mir ist blau ein Theater. Achtung, gleich kommt. Er ist noch nicht mehr ein Theater. Ist er bei mir hier? Nee, der war ins Paket, wenn er noch mal kommt. Was ist das? Kommt heiß. Wahrscheinlich. So vier Stück noch. Ja, vier Stück. Dann kommt das N. Warte, jetzt kommt ein. Jetzt kommt ein. Jetzt kommt ein. Da ist schon. Das weiß, da ist schon. Jesus hat Rest. Wann ist noch einer? Kommt noch mal. Nee, er ist erst bei mir im Theater. Bei mir im Theater. Schon mal am Anfang. Wo sind die restlichen? Warte, geh erst mal ins Theater mit einem Paket. Das ist blau. Wo ist der Theater hier dann? Das ist blau. Die ist echt. Geh mal rein. Ich bin doch noch gar nicht stark. Oh, was ist blau. Orange kommt. Ich will auf dem Sofa. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Hast du keine mehr? Nee. Jetzt zeig ich es nochmal. Jetzt kommt dran. Zumodium. Jetzt zeig ich es. Warte, warte, wie viel Akku hast du? Neun. Das reicht aber schon. Nein. Wie lange reicht das denn? Nein. Wir können von hinten sprechen. Mach was. Ja, das blaue bei mir. Da rein. Warte. Ich sag dir, wenn er weg ist. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Du kannst kommen. Du kannst kommen. Voll. Ich glaub, da war noch Rünen. Blau, Pöp. Jetzt ist das Licht. Ähm, jetzt kommt er bekommen. Ja. Das war die letzte Runde. Jetzt kommt Ecke. Das Finale. Was muss man jetzt machen? Man muss entkommen in die Schacht. Schleiß in den Schacht muss manches wegen Holzbrettern bücken. Jens, du musst dir Karten holen und dann in das Gerät reinmachen. Schleiß in den Schacht. Dann hast du vor, du hast sowas für den Party. Für den Exit. Guck, wo ich hingehe. Dann. Schleiß in den Schacht. Ja. Schleiß in den Schacht. Ich hab nur den letzten Schleiß. Leute. Einfach komplett ausgewaffnet. Einfach ausgewaffnet. So, die Blöcke hier mal wegschieben. Guck jetzt mal auf den roten Ballon. Gucken. Dahin gehen. Warte, Zeit kommt. Du darfst keine Ballon kaputt machen. Okay, okay. Der platzt jetzt. Lass uns durch. Ganz durch. Wer möchte diese Blöcke wegschieben? Ey, da, da, da. Mach sie weg. Junge. Nein. Schau, hier lang. Hier ist eine Prügge. Bicken. Nochmal bücken. Und hier ist das Ende. Tür. Ich geh durch. Das muss man eigentlich jetzt nicht. Bleib mal gebückt. Jens, guck mal. Du gehst hin. Ich bin hin. Aber der steht dann, steht dann nur auf hin. Okay, geschafft. Jetzt kommt der zweite Kapitel hin. Okay. 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 Ja, dann mache ich erstmal, dann kann ich weiter. Okay. Das ist? Ich glaube, ich will ja eins haben, wenn ich will. Ich glaube, wir sind eins haben wir geschafft. Ja. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ich muss bestimmt noch ein bisschen lauter reden. Sonst funktioniert es nicht. Mach doch noch ein bisschen, dass es hält. Dann sollte das, wenn es kümmer geht. Wenn du jetzt ein Tablet ausschst, dann kannst du es noch mal füllen. Und dann füllen es den ganzen Tag, wenn du das kleine Spider-Bot mehr hast. Jetzt geht's los. Ja. Schnell. Jetzt, vielleicht jetzt? Ja, warte doch bitte. Was muss man machen? Erst kommt das Ding. Einmal auf. Du kannst es doch zu bewegen. Aber das Bücken und das Kapitel aber nicht. Ja. Ah ha 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 ha. Die haben coolen Ding. Hä? Die haben coolen Ski. Ja. Auch mädchen. Ja und? Wenn ich dich runterkomme, wenn du mir ja schon hinter dem, was den schen hat. Was will ich schmängen, nigga? Wenn man sich das filmen oder was? Was? Also wenn ich das mal kurz füllen. Wir müssen uns hier fehlen und ja, wir müssen uns fehlen mit meinen Freunden und die ich halt hier. Ich krieg einfach den Knopf. Es kommen weitere Wendung, Friends. Tentacle. Was sollst du machen? Ich höre. Du musst du Hammer schammeln oder Klingeln, ja, Klingeln. Samrick, Samrick, Jens, guck mal, bei mir, guck mal. Wo bist du? Hier, guck mal, du kannst es keiner schnappen. Ähm, wie da? Da schnell. Egal. Da kommt blau. Wo ist blau? Wo musst du mir die hinbringen? Äh, neben deiner Nase in der Mitte. Jens, das heißt blau. Jens, geh mal ins Paket. Beruhig dich mal bitte, ja. Beruhig dich. Das kommt blau. Ich bin Roblox-Profi. Hier hin? Nee. Geh mal wieder auf die Mitte. Doch, es kommt, es kommt, Jens. Okay. Und geh jetzt schnell. Beruhig dich. Spiel mal lieber weiter. Die Leute sehen doch sonst nichts. Eee. Oder du hast das nicht auf der Mitte, weil ich gehe einfach hier ins Wohnen. Ich bin mir scheißegal. Hui. Soll ich fahren mit der Schimmlein? Warte, Jens. Geh dann ins Paket, weil... Oh, wie ist das? Der macht nichts. Wo ist die Mitte da? Da ist blau. Ich komme mit der Schimmlein. Voran. Ja, schmeiß dich wohl schön aus. Oh, da in der Mitte, da. Ah, sag das doch. Habe ich dir doch schon tausendmal gesagt, jetzt, Jens. Du hast gar nicht so... Allem hat geschehen, weil wir Tom, weil Tom Friedrich. Okay, Herr Ruppert. Schildoes. 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 Wo sind denn hier die ganzen Blühwein? Wo sind die alle? Das ist wahrscheinlich so geschehen. Gehen wir schon mit euch abbleiben. Das ist wahrscheinlich eine blaue. Ich hab das geschehen. Wir müssen diese Dinger so... Ja, ich such doch. Beruhig dich. Warte, ich denke, ich kunde, musst du warten. Ich weiß, wo noch Blühwein sind. Ja, bei Pöppi. Ja, bei Pöppi. Das ist doch voll langweilig. Warte, ich bin geholt. Scheiße. Wie kann ich hier wieder aufstehen? Du musst schnell... Guck. Oh, nee, kannst du nicht sagen. Scheiße. Ich springe. Ich muss aufstehen. Lange. Ja, damit kann es auch keiner fangen. Das ist doch voll langweilig. Wieso spielt man so? Keine Ahnung. Es gibt welches Paket, was bei der Blühwein von meiner Arche steht, der soll auch grün. Und der grün muss weggehen. Stell dir vor, neben dir ist grün und blau. Der grün muss weggehen. Und von blau, der ist schnell hier geworden. Und der ist einfach schnapp. Okay. Da ist blau. Ja. Das Paket. Oh, da, weil da kannst du dich schützen. Ich brauche mich nicht schützen, Iva. Bitte. Eine müssen wir noch prüfen. Wo ist die einer? Ja, können wir machen. Wann willst du denn noch nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja, können wir machen. Das war bei mir auch mal, wo es in Blau war. Ich so ein Problem für, wenn ich beim Paket hatte. Ich bin einfach in, in den Paket gegangen. Nee, nee, nee. Schau, schau mal wieder raus. Ja, ne, Mann, doch. Stehen schon. Was brauchst du denn? Junge. Hä? Wo bin ich? Ich muss rausgehen. Aber jetzt, jetzt. Nein, das wollen wir machen. Ich bin einfach in der Runde. Was soll das? Also ich denke, um sechs Uhr reicht auch. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir gesagt, was mir brauchen, nützend fünf Minuten. Nett. Ja. Warum mir in einer halben Stunde keinen Augenlutzen. Du musst aufpassen. Ja, ich habe aufgepasst. Ja. Du bist voll mit so einem Grund. Ja. So, ich war jetzt. Am besten. Wenn wir in den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten verpassen, dann ist ohne. ja Ich denke, wir haben einfach nur die Zeitspanne, die tatsächlich zu lang dauert, da kommt wieder mal drauf an. Ich stehe die Lohre. Dann muss ich den ganzen Tag hier in den Stamm. Dann stehe ich die Lohre. Okay. Dann möchte ich das. Bis gleich. Lieber, lass mich stehen. Das ist Noob. 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 Ja, Iva, wenn man nichts macht, nur rumsteht, dann ist das nicht schwer. Das stimmt. Das ist Noob. Das ist Noob. Das ist Noob. Noob. Das ist 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 Noob. 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 Das ist Noob. Noob. Das ist Noob. Noob. Das ist Noob. 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 Wo wagen? What? Das relaciona. Noob. Wagen. 'sach Noob. Noob. So. I saw that. Ehhh, the blue. was war das denn? das war knapp ja, ich geh mal nee, ich geh mal blablabli blablabla das müssen wir jetzt machen jetzt kommt nicht weit nach wo ein neuer Karakter kommt Yellow, der kann dich nicht fangen aber wenn du in sein Nest geflogen bist das einzige Gefühl ist du musst, wenn der in sein Nest fliegen will du musst in der Hubsburg landen wo man zu springen kann an diesem Freizeitpark guck und in der letzten Runde kommt ein neuer das ist hier Jan der kann dich im Paket hören wenn du dich in der Nähe von dem bewegst ok, wie viele Runden gibt es? äh, auch vier und wir sind jetzt schon wieder alleine das ist doch kacke ne, wir sind nicht allein ja, aber fast was müssen wir jetzt holen? da, da, da da ist gelb! da ist gelb! Imagine was macht der? Und das Gelbchen nicht? Hat Gelbein geschnappt? Ja... Wahrscheinlich, oder? Wenn er Birchengelb beobachtet? Ich glaube, wir wollen nicht. Ich hab vier Stück, wie warst du? Ich hab gar nichts. Ja, ich such halt, weil ich in mein Pupichen... ...grün... ...blitte... ...blablabla... ...um sternen. Das Blushen, da kommt er gleich rein und wieder raus. Und... ...Games Paket! Da-da! Kannst du fliegen? Ne, bei Chian darfst du jetzt nicht bewegen. Achtung! Ich hab das Gefühl, vielleicht kommt bei der Blue. Sonst muss ich das dann umzählen. Fahr mal mit dem hier. Fahr mal hier! Ich hab zwei, vier, sechs, sieben Stück hab ich. Sieben? Dann bringt die mal in die Hülle! Ich hab zwei, vier, vier... ...bootspala-bähn! Oh, es geht los! Was? Hier! Ui! Ey! Nenni... Nenni... ...bücken! ...Strimmisch... ...Paket! Was hier? Du musst es bücken! Bück dich! Das Gel... äh... Lila! Da kann ich so nichts holen! Da hat die ganze Zeit gebückt, da sind keine drin! Jetzt kannst du wieder... ...nennst gebückt sein! Oh! Oh! Der Meer war gelb, Tyga! Äh... Da, 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 da! Da kannst du das runterfliegen! Da kannst du wieder weg! Bande! Blu! Füll! Füll! Füll und dein ganzes Leben jetzt mal! Was gehört es noch? Wer hast du jetzt gehört? Was hast du noch? Oh! Bande! Blu! Bande! Ich hab jetzt schon hingehen, wo ich bin! Nein! Ich hab's geholt geliebt! Oh! 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 Da, da, da! Da, da, da! Nein! Du musst jetzt in der Hüpferland landen! Wie mach ich das? Da hinten ist der irgendwo! Wenn ich guck! Bei dir! Da! Da musst du hin landen! Wie mach ich das? Ja! Jetzt! 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 Du hast jetzt nichts gesagt! Du hast gar nicht gesagt, was ich drücken muss! Ja! Du hast das jetzt selber herausgefunden! Oh! Oh! Was ist das? Grün! Ja! Das grün! Das grün! Was war mir da los? Ich hab die letzten zwei! Ich muss die abgeben! Wo ist das? Oh! Du hast die letzten zwei! Geh da rein! Geh da rein! Holt er mich? Oh! Rün geht! Rün geht! Jetzt kannst du! Kann ich? Wolltest guck! Zu spät! Ich spöre ich mich raus! Ich geh die ab! Wo? Hier? Ja in der Mitte! Die waren nicht alt! Zu! Jetzt noch eine Runde oder was? Nee! Zwei! 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 Ja! Schick mal an! Guck jetzt! Warte! Jetzt! Das! Und wir haben einen Timer! Damit der Schiss auslöst! Wir müssen das schnell machen! Wir haben einen Timer! Wir haben einen Timer! So einer ist so ein Rünn! Aber! Wir brauchen... Ich glaube das ist Fünnchen, oder? Dann explodiert der! Guck! Guck! Ah! Es geht schon los! Die großen Bomben kommen! Ja! Bist du raus? Nee! Mama ist bei mir schon! Hä? Sind sie doof? Den Winter? Also wir sind nicht gestorben eigentlich! Aber... Jetzt mal geht das schaffst du! Das schaffst du! Das schaffst du! Da kommt der Klaus nicht hoch! Der kommt ja nicht hoch! Ein Paket kannst du dir nicht holen! Ein Paket hast du dir nicht mehr! Das ist schön! Allerdings... Anna hat... Gelb hat da einen geschehen! Noch einen! Wo ist Gelb? Irgendwo! Gelb packen! Oh! 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 Wir müssen ein Paket holen! Und du kannst nur eins holen! Ich habe es für Gelb oder war das nur so ein... Denker Ballaboom! Was für eine Grün? Was? Was machst du denn? Wo bist du denn da? Das schaffst du! Das schaffst du! Das schaffst du! Die Arbeit ist direkt geschnappt! Doch! Doch! Die wird geschnappt Jens! Ne! Ohoho! Hier ist genau ein Presschen! Oder gehen die Schupplein? Ne! Er kommt nicht! Er kommt nicht! Jetzt beobachte, dass keiner kommt! Damit du nicht sterbst! Ok? Ok Jens? Ja! Aber du musst auch was machen! Du bleibst nur in deinem Paket die ganze Zeit! Ja! Weil ich voll Schiss hab hier! Ich hab einst bestemmen von Chian! Gelb! Purple! Orange! Orange kommt dann jetzt nur am Ende und... Rüh! Nein! Das schaffst du nicht! Nein! Geh raus! Das schaffst du aber! Und schön! Ich bring da runter, dass noch alle Arten passen sollen! Mit Paket! Du kannst keinen Spalten nehmen! Nur einen! Oh! Oh! Blue kommt! Gens Paket! Blue kommt! Hallo! Wer rein? Blue kommt! Die Müttermaus kommt! Was ist die andere Kugel jetzt? Keine Ahnung! Wiiiiiii! Hehehehe! Nein! Wo ist Land? Ist grün! Was passiert dir nach? Wie viele Runden noch? Zwei! Hab ich doch geschafft! Ne eine! Eine fehlt noch! Ist hier nicht drin sein? Kann hier einen drin sein! Kann auch noch drin sein! Oder wahrscheinlich auch Geld! Bleibt geblückt! Ja! Ne! Böck, 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 Böck! Jetzt noch mal! Mist! Der Letzte war... Wär einer! Bei mir läuft es hart hier. Bangello? Schießt du? Schießt du? Schießt du irgendwie nicht weg? Du kannst nicht damit ein Paket bleiben. Ich muss sagen, du kannst. Ja, Blut, da kannst du nicht. Da ist ein Blut bei mir, da geht es für einen Turm. Du kannst ein Paket nicht ausnehmen. Ich weiß. Ich mache ein bisschen Blut weg, oder was? Jetzt mach schnell. Hier ist ein Paket. Ich glaube, du willst nicht mehr. Fliegst du raus und stürzt. Okay, das war's, was ich jetzt schon lange bin. Wunderbar. Ich glaube, wenn es war kein Bock. Warte. Ganz extrem. Jetzt kommt die Letzte nach und guck, wer es kommt. Ja, ich guck da doch. Du guckst ja schon hin. Ja, okay. Hör mal. Ich glaube, der ist nicht. Jetzt kommt sie nach der Schät. Eineinhalb Stunden. Oh, Sian. Meine Lüde. Sian, komm Sian, komm Sian, komm Sian, komm Sian, komm. Umfassbar. Umfassbar, die Lüde. Umfassbar. Scheiße, nein. Ich mach's. Ist ja eine Stunde reicher. Ey, was ist denn da? Ich hab's da. Ich hab's da. Eine Stunde reichste. Da kann man die... Eine Stunde hat's so. Oh nein, wir sind nicht allein. Oh Mann. Ist noch ein bisschen heißer. Ja, dann musst du es allein. Noch einmal Tropfen geben dann, ne? Ist ja dann passend, oder? Ja, aber... Ja, aber... Du willst ja jetzt aussetzen und dann gleich? Nee, ja, trotzdem. Passt ja mit den Boxen. Ja. Das darf hier mal anfangen. Das darf hier mal anfangen. Ich muss jetzt allein suchen. Mir ist ja die mit dem Zeug. Was ist, wenn da außerdem elf Tropfen reingehen, wenn wir mal mit neun? Beispiel jetzt einfach mal. Ich denke, dass ich... Ich bin zweimal anfangen. 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 aber ich musste bist du ausgelaufen das war blauen mit grün nochmal? Ähm, dann, dann, von Grün musst du wegrennen und den Blauen nehmen, der ist dann mal so reingekackt. Nein, nein. Achtung, das heißt, kommt sie an, wenn du rausgehst, das will ich auch dann breit. Ja, du bist ja allein. Ja, ist doch nicht gut. Tschüss. Ja. Jetzt fließt. Wo sind die Pakete noch? Oh, nein. Steht doch da. Nein. Nein, 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 nein. Wo ist die Hand? Die Hand. Wo bist du? Die Kacke, wo bist du? Was macht der, was macht der, was macht der? Geht ins Paket, geht ins Paket. Bewegt es mal. Bewegt es mal, weiß ich nicht. Okay, jetzt, jetzt, okay. Jetzt, hier, da drin ist, da sind sie reingegangen. Jan. Guck, der hat es gut. Geht mal. Nee. Warum? Wenn ich nicht gefasst werden will. Bewegt du dich, wir müssen noch, äh, fünf, fünf, zwei, noch zwei Pakete müssen wir finden. Nein, das will ich nicht. Hallo. Guck, nicht bewegen. Hä? Junge, du bist gestorben, jetzt musst du alles allein machen. Aber warum? Aber warum? Guck, Junge. Rühren war bei dir. Ich wollte dein Paket. Ja, dann kann ich so ein Paket rappen. Oh, das ist das schon fast. Ja, du schazzst das. Die Pakete liegen alle da hinten. Gib die hole. Junge, jetzt musst du alles allein machen, aber Rühren kommt. Junge, Junge, Junge. Deißu, Jan. bleib stehen ja ich weiß das jens guck mal rechts drüber da ist auch ein paket das muss du bist du gestorben alle in grünen und den sonne 1 ja das paket raus ich hab die füße kommt jetzt wieder du musst da hinten laufen erst da sein ding hol das ja unfassbar Und Jan, kommst du schon wieder von mir? Ja, kommst du immer von mir? Kommst du immer von mir? Dann gehst du wieder weg. Ja, ich will. Ich will nicht. Wenn du bist, dann musst du das einfach mal machen. Ja, das mit Jan war dann sicher für dich schwer. Dann muss ich jetzt die Pup hier allein machen. Toll. Ja, und das dauert eine Woche, bis du fertig bist. Du bist eine Woche. Ja. Bro, die kannst du mal weggehen. Ja. So, wo werden die jetzt noch angezeigt? In der Hölle wahrscheinlich. Tja, immer bei mir bist du. Kommst du direkt wieder? Nicht so fassen. Ich muss eine Stunde warten, bis er weg ist. Geht doch. Aber jetzt ist alles wegen dir. So. Danke schön. Vielen Dank. Ja, nein, nein. Jetzt hat es schluss. Der war auch gerade. Guck. Es kommt denn wieder zu mir. Ja, nein. Na, was willst du von mir? Ich hab nichts gemacht. Jetzt kommt die Klasse wieder zum Säumchen mehr warten, Mann. Dann kommt die Klasse wieder zum Säumchen mehr warten, Mann. Und dann kommt die Klasse wieder zum Säumchen mehr warten. Hallo, wohin kannst du jetzt mal gehen? Meine Güte. Lass mir raus. Jetzt geht es. Ich hab's auf der Brücke, jetzt wieder kommt ich was. Ich weiß noch, ich gucke. Na, bei mir bist du. Ich hab euch einladen mal geschickt. Ey, Jens. Jens, du hast mir keine Tüte mehr angeschickt. Hm. Jens, komm jetzt bitte nicht zu mir. Geht doch. Ich glaube, ich brauch nur noch drei. Ich guck mal von hier oben. Ops. Von hier noch eins. Hier? Ähm, nee. Junge. Können die scheinen. Jens. Ich finde keine Milztüte. Äh, Suckertüte oder was? Das ist mehr. Einfach nur ein Schuh. Ich finde es nicht. Nein, Blu, Blu, Blu. Hallo, Fisch, Fisch. Also, Blu kommt, Blu kommt. Mann. So, klink geht's. Schmeiß wegen dir. Uf, schnaß, mal. Ich lasse mir jetzt mal weg. Schmeiß, was geht denn endlich? Pff. 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 Ah, jetzt wird meine angezeigt. Und die andere. Pff. Und die andere. Pff. So, die ist weg. Pff. 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 Ich habe alle Butterfühe. Alles Butterfühe. Alles Butterfühe. Hier ist ja Grbel Es tut eine Rühe. Gibt man besser ... Nein ... Was jetzt wie lange hier hoch ist ... Das war Schott an gebraucht an einem ... Die Glöwe kommt zur Hülle. Ich hab geschafft, komm ich gleich wieder ... Hast du geschlafen? Nee, da kommt die ganze Zeit das Nähe auf, das hat vielleicht eine Stunde gefilmt wegen den Chianen. Dahinten... Das müssen wir in Ruhe. Riecht mir das mega aus. Geh da rein. Ich mach immer was. Ich tue. Riecht mir das mega aus. Geh da rein. Riecht mir das mega aus. Geh da rein. Da ist einer. Wo noch? Da. Ganz unten. Und da ist die letzte. Jens, ich kann es schaffen, ich sehe die letzte. Okay. Du kannst mal gleich suchen. Ich hab die letzte. Das kann ich nicht. Leute, ich hab die letzte. Wir haben fast eine Stunde für uns hier. Was ist hier los? Wir sind fast eine Stunde. Wir werden ganz schön fliegen. Wir werden ganz schön fliegen. Wir werden immer ummangeln. Da. Du kannst. Der Chian, du kommst. Geht es da hin. Und nix. Hallo Blue, höre ich mich hin, du gehst da hin, in deinem Kindergarten, weil da ein Elternabend ist. Ah, ist mir egal, in der Grün ist es mir egal, ich hole jetzt die letzten rein, geschafft, geschafft, in 40 Minuten, ne warte, es kommt noch das Ende, jetzt. Oh, das wird klappt mit einer Stunde, nein, 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 es darf nicht eine Stunde werden, nein, nein, nein. Oh, hi, junger, kommst du mit? Jetzt geht's los, jetzt kommt's Ende, fast eine Stunde, der war. Oh, ich kann jetzt mal aussteigen, toll, toll, doch, ich bin ausgestiegen. Mit da kannst du wieder aussteigen, jetzt, 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 es geht fort, es geht fort, Leute. Okay, ich bin da, aber die Runde schaffen wir, die Folge schaffen wir da. Jetzt geht da lang, jetzt geht mal beißt Wasser lang. Ich will mal gucken, was da ist. Oh, die Hähnchen sind im Wasser. Mhm, okay. Du musst geben, man, das war eine Abkürzung. Gar nicht gewusst. Boah, das ist eine Abkürzung gewesen. Da kommt jetzt das mit den roten Bällen. Junge, das ist einbekommen. In 4 und 42 Minuten. Junge, Junge, ich hab' solches mit Anarchen, mit Anarchen, wenn du, ich hab' solches damit. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hab' daraus nicht keinen einzigen Sicher-Bock. Okay, wir müssen jetzt alle mal hin, komm, jetzt, Jan. Ich kann jetzt auch noch mal raus. Kannst das ein Ende machen, jetzt, Jan. Fort, fort, hier, fort. Nee, nein. Ich geh' jetzt ab. Immer den... ...orange, orange, schnell, schnell. Nicht den orange, nicht. Stimmt, hier, komm, jetzt werden wir uns kabel, ne? Das ist ein roten Pfeffer, die kennen wir. Mal es durchgehen lassen, wenn man es nicht bringen muss. Schock, 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 schock. Schock, schock, schock. Okay. Nein, nein, nein. Das wird schon jetzt alles. Und den. Hier, hier ist hoch, drüger. Ungfassbar. In der Welt sind keine Rainbow Friends mehr. Ja, wahrscheinlich weil die jetzt alle hier sind, weil die alle auf dem Bord sind, die sind gefangen. Da kommt Luf. Hier Lauf. Jetzt geht's fort. Jetzt geht's fort. Oh, gelb, gelb. Hier, jetzt kommt das Ende. Hä? Ach, da ist ein Podio. Kommt, ich muss nicht aussteigen. Ich konnte das eigentlich. Oh, jetzt kommt das scheiß Ende. Jetzt kommt das Ende. Jetzt kommt hier an. Jetzt kommt hier an. Jetzt hat kein Bock. Was musst du machen? Jetzt kommt Sian. Das muss ich machen. Sian kommt. Es hat kein Paket. Böken? Nichts? Sian. Ich hab alles losgemacht. Sian. 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 Was ist das? Das ist das Ende. Das ist das Ende. Ja, das ist gut.